Danke. Ohne Kaffee geht erstmal gar nichts. So starte ich in meinen Tag. Am Morgen habe ich die besten Luftintubillationen. Hier befinden wir uns jetzt im Herzstück unserer Berliner Manufaktur, unserem Showroom. Und ich glaube, unverkennbar, der Berliner Flair mit dem Brandenburger Tor im Hintergrund. Hier sitzt meine Mutter, die liebe Katrin. Sie kümmert sich um eure Bestellungen und kümmert sich um eure Kundenwünsche. Und wie sieht es aus? Danke, gut. Wieder viel zu tun. Sehr gut. Bei uns geschieht tatsächlich noch alles in Handarbeit. Wie ihr hier seht, findet ihr unsere eigens entwickelten Maschinen, wo wir tagtäglich eure Parfums abfüllen. Dabei verwenden wir ausschließlich Parfümöle von den fünf renommierendsten Parfümöleherstellern der Welt. Unsere Echtlederkappen sind noch handgenäht. In unserem Online-Shop kannst du aus zwei verschiedenen Farben deinen ganz eigenen Duft auch so individuell zusammenstellen. Mittlerweile führen wir vier verschiedene Kollektionen auf den Markt. Angefangen bei der Classic, über die Woody, bis hin zur exklusiven Black Collection, wird das Ganze noch abgerundet mit der aktuell ganz neuen Italian Collection. Personalisierung wird bei uns groß geschrieben. Du kannst deinen Flakon auch mit einer individuellen Gravur versehen. Natürlich am Ende werden unsere Produkte noch liebevoll in unseren Versandraum verpackt. Und schicken eure Bestellungen schnellstmöglich zu euch. Hier sitzt meine bessere Hälfte. Mein Bruder Sven. Sven ist für den Innendienst, die Produktion und vieles Weitere verantwortlich. Hast du schon den Kunden angerufen? Oh nee, hab ich noch nicht. Aber gut, dass du mich daran erinnerst. Mach ich sofort. Danke. Unsere Dachterrasse könnt ihr natürlich auch als Event-Location mieten. Ob für die Hochzeiten, ob für Unternehmenspräsentationen, egal was. Als familiengeführtes Unternehmen treffen wir hier gemeinsam alle wichtigen Entscheidungen. Und das bringt mich jetzt zu meinem Familienoberhaupt, Geschäftsführer und mein Vater, Nassir Birkholz. Baba, ich muss jetzt aber auch los. Ich hab den nächsten Gast warten. Bis dann. Ich hoffe, euch hat diese kleine Behind-the-Scenes-Tour bei uns gefallen. Und ich freue mich, euch bald wieder hier begrüßen zu dürfen. Bis dann.